Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Draußen herrscht klärende Kälte, doch dem Smartphone muss die nichts anhaben, insofern man gewisse Regeln befolgt. Apple holt immer mehr Marktanteile, inzwischen werden mehr Handys gekauft als PCs und mobiles Shopping ist den meisten nach wie vor zu teuer. Um das und vieles mehr geht's in unserem neuen Inside Handy News Flash. Ich bin Frank Preiss. Hallo. Wie minus gerade das Handy kalt lassen. Während sich die meisten Menschen bei diesen eisigen Temperaturen kaum vor die Türe wagen, freuen sich Wintersportler über den Kälteeinbruch. Doch bevor es mit dem Auto Richtung Piste geht, können Handynutzer einige Tipps beachten, um in Notsituationen gut gerüstet zu sein. Für den Fall einer Panne oder eines Unfalls sollten die Telefonnummer eines Pannedienstes im Handy anprogrammiert werden. Skifahrer sollten sich vor der ersten Abfahrt zudem die Telefonnummer der Bergwacht eingespeichert haben. Besitzer eines Smartphones können auf ihrem Gerät für den Notfall auch eine Erste-Hilfe-App installieren. Bei klärender Kälte vermindert sich die Akkuleistung. Daher sollten Mobiltelefone immer voll aufgeladen sein und möglichst nah am Körper getragen werden. Mit speziellen Schutzhüllen können Handybesitzer ihre Mobiltelefone zudem vor Schnee und Feuchtigkeit bewahren. Auch ein Headset kann sinnvoll sein. So muss das Handy nicht aus der wärmenden Innentasche der Jacke genommen werden. Platzwechsel bei den größten Handyherstellern der Welt Apple wächst scheinbar unaufhaltsam weiter. Das iPhone verhalf dem Konzern aus Cupertino, jetzt sogar zum weltweit drittgrößten Handyhersteller aufzusteigen und damit den schwächelnden Handyhersteller LG zu überholen. Auf den Plätzen 1 und 2 liegen jedoch nach wie vor Nokia und Samsung mit einem dicken Polster. Das geht aus den Zahlen des Marktforschers IDC heraus. Demnach konnte Apple seinen Marktanteil gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 5% nach oben schrauben. Nokia hingegen verlor auf dem Handymarkt im Vergleich zum Vorjahresquartal rund 5%. Erreicht damit aber immer noch einen Marktanteil von rund 27%. Zulegen konnte auch Samsung. Smartphones überholen PCs Dass sich große Smartphonehersteller wie Apple oder Samsung gegenseitig mit Verkaufsrekorden übertrumpfen, gehört mittlerweile schon fast zum Alltag. 2011 führte dieser Smartphone-Boom nun erstmals dazu, dass mehr Smartphones als Computer verkauft wurden. Das melde das Marktforschungsunternehmen Canalys. Dabei berücksichtigen die Analysten nicht nur Desktop-PCs, sondern auch Notebooks, Netbooks und Tablets. Insgesamt gingen 2011 weltweit fast 415 Millionen Rechner über die Ladentheke, was einem Zuwachs von knapp 15% entspricht. Im gleichen Zeitraum konnten Smartphones aber um fast 63% zulegen und kamen somit auf knapp 488 Millionen verkaufte Einheiten. Vor allem die Nachfrage nach Netbooks ging im vergangenen Jahr stark zurück. Desktop-PCs und Notebooks konnten nur leichte Zuwächse verzeichnen. Als großer Gewinner unter den Heimrechnern gelten die Tablets, deren Verkäufe 2011 um satte 274% zunahmen. Google tut was für die Sicherheit. Malware gehört zu den größten Problemen des Android-Ökosystems. Um dies zu ändern, hat der Suchmaschinenanbieter nun den Bouncer vorgestellt. Der neue Service scannt die Anwendungen nach Malware-Elementen oder sonstigem verdächtigen Verhalten und soll die Android-Umgebung damit ein Stück sicherer machen, schreibt Google in seinem Blog. Zusätzlich überprüft Google die hochgeladenen Apps, indem diese in der hauseigenen Cloud gestartet werden. Damit wird die Vorgehensweise einer Mini-Anwendung in einer künstlichen Umgebung simuliert, sodass verdächtiges Verhalten sofort identifiziert werden kann, auch wenn man im Code keine sonderbaren Elemente gefunden hat. Obwohl Bouncer erst kürzlich vorgestellt wurde, hat Google den Dienst offenbar bereits seit längerer Zeit eingesetzt. Insgesamt ging die Malware-Menge innerhalb des letzten Jahres um 40 Prozent zurück, so Google. Mobile Shopping ist zu teuer und unsicher. Die Möglichkeiten, mobil zu shoppen, werden immer vielfältiger. Bei den Nutzern sorgt dies jedoch noch nicht für einen Kaufrausch. Zu hohe Mobilfunkpreise, Sicherheitsbedenken und zu geringe Mobilfunkübertragungsraten sind aus Sicht der Verbraucher die größten Bremsen für den mobilen Handel. Rund 60 Prozent der Verbraucher wünschen sich in diesen Bereichen Verbesserungen. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie an der Verbraucherinitiative und eBay. Die Studie hat gezeigt, dass 74 Prozent der Besitzer von Smartphones oder Tablet-PCs sich schon mindestens einmal vor dem Kauf mobil über ein Produkt oder eine Dienstleistung informiert haben. Ein Drittel aller Besitzer von Smartphones und Tablet-PCs hat gemäß der Untersuchung schon mindestens einmal mit dem Mobilgerät eingekauft. Befragt nach den wichtigsten allgemeinen Voraussetzungen, um Produktrecherche und Einkauf noch öfter mobil durchzuführen, nannten die Verbraucher vor allem sinkende Kosten für das mobile Surfen sowie die kostenlose Nutzung von WLANs außerhalb des Eigenheims. Papierrechnung nur noch gegen Bares. Seit dem 1. Februar zahlen Vodafone Kunden 1,50 Euro pro Papierrechnung. Über diesen Umstand informiert der Provider die Kundschaft derzeit in einem Flyer, welcher der Januar-Rechnung beiliegt. Einen Widerspruch einlegen oder außerordentlich kündigen können Bestandskunden nicht, denn es handelt sich um eine Nebenleistung, die beliebig geändert werden darf. Der erhobene Preis gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Vodafone begründet die Rechtmäßigkeit der Änderung mit der Behauptung, eine Rechnung sei eine Nebenleistung und ordnet den Versand von Rechnungen damit in die gleiche Kategorie wie Anrufe zu Sonderrufnummern oder SIM-Kartensperre. Wer die 1,50 Euro pro Rechnung nicht bezahlen möchte, hat nur die Möglichkeit, künftig die kostenfreie Online-Rechnung zu nutzen. Diese Änderung lässt sich entweder online oder telefonisch durchführen. Das war der InsideHandy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de Einfach wissen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017